Beobachtet nicht, genau, weil die teilweise so unheimliche Augen haben. Ja. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Ja, und wenn die Buche dann auch so böse Mächte oder was auch immer zugesprochen werden, dann halt schon nochmal schneller. Andererseits haben das ja schon echt viele Leute gesehen. Ja. Ich weiß nicht, also ich bin da total hin- und hergerissen. Ja, ich auch. Ja, aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht komplett ausschließen, dass da irgendwie ein Fünkchen Wahrheit mit drin ist. Also wenn ich Robert im Museum besuchen würde, würde ich auf jeden Fall unerlaublich bitten, bevor ich ein Fünkchen von ihm mache. Also zu 100 Prozent. Selbst, ich auch. Aber ich finde, das können wir auch wirklich mal machen. Ja, ich wäre sofort dabei. Und dann können wir auch gleich noch im Artist-Haus wieder machen, wenn wir schon mal da sind. Ja, das ist echt so. Vielleicht finden wir auch den ein oder anderen Mutigen oder die ein oder andere Mutige aus unserer Community, die uns dann begleitet. Ja, aber da können sie mir nicht ganz alleine. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr zu Robert zu sagen habt. Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und ich glaube, dass es...